Ich bin so gut geworden, Aufgaben zu erfüllen. Ich bin gerade so motiviert, einfach nur Aufgaben zu erfüllen. Bitte, küll mich nicht. Let me be a good crewmate. Use or lose. Was sollte das? Boah, ich kann Aufgaben lösen, oh man. Äh, 0, 4, 8, ich muss jetzt, oh mein Gott, ich muss jetzt eigentlich, was muss ich machen? Wo, wo ist dieser Alarm? Oh, oh Gott. Oh mein Gott. Oh, ich bin schon drei. Oh, ein Massenmörder. How? Da hat aber jemand rausgehauen. Okay, ich habe keine Ahnung. Ich auch nicht. Oh mein Gott. Also, ähm, ich habe, ich habe Krüden gefunden, vor, ähm, Navigations ist es, glaube ich, im Gang davor. Ich wollte gerade den O2-Alarm fixen. Die letzten, die ich in der Nähe gesehen habe, war Aurora, die war aber bei mir. Und Vivian ist da hochgelaufen, das ist aber schon eine Weile her. Ja, ich bin hochzulapeteriert durch Weapons. Ähm, ich denke jetzt einfach mal Iva, einfach weil Iva sehr realistisch entlang gemacht hat, während ich noch gar nicht da war und als ich dann dazugekommen bin, also, es sah mir sehr realistisch aus. Ich habe Iva auch ein-, zweimal gesehen, das sah aus wie Iva macht Tarsk. Ausnahmsweise sah sie immer nicht so. Ich wollte gerade sagen, bevor Iva durch ihre Aussagen gleich wieder Tarsk ist, sag ich das jetzt vor. Dankeschön. Ich würde Lene auch diesen Brain-Move zutrauen, dass sie jetzt einen Selbstreport gemacht hat. Weiß ich nicht, wenn sie Lene eben begegnet, wo waren Lene? Ja, Vivian und ich sind uns begegnet, komplett allein auf dem Gang, also, weiß nicht. Ich habe aber sonst auch keinen gesehen, die Runde so richtig wahrgenommen, außer halt Iva. Und Marlene kurz, das war's halt. Aber sag das mal Rana. Also John ist echt der König in der Taktik, einfach mitlaufen und nichts tun. Oh ja. Aber der ist tot. Ja, stimmt schon. Also, äh, ich würde das auch recht nicht, äh. Entweder wir voten oder wir skippen jetzt. Es sind halt jetzt schon relativ wenige, ne? Das ist unglaublich. Wenn wir jetzt jemand Falschen rausvoten, dann haben wir Doppelkill und sie sind weg. Also, ist verloren. Ja, okay. Und dann haben wir auch mit vielen Leuten was noch hingekriegt. Sehr, sehr wehrt. Aber... Bitte tötet mich nicht, bitte tötet mich nicht. Please don't kill me. Shana ist es auf jeden Fall, glaube ich, nicht. Das ist gut. Shana ist es nicht. Die kann ich decken. Mad Bay. Doch, ich muss hier was machen bei Mad Bay. Okay, ich kann die liebe Shana... Ihre Stimme habe ich noch gar nicht gehört. Oh, abgehoben. Was? Was? Bitte was? Hat mich Shana gerade gekillt? Und ich wollte sie gerade decken. Ich habe dir vertraut, Shana. Ich habe dir vertraut. Was ist denn hier? Was ist denn das freaking Problem? Ging aber schnell. Nicht schlecht, Shana. Ich hätte dich sowas von gedeckt. Ich war so, ne, Shana ist es auf jeden Fall nicht. Die deck ich gleich. Ich dachte mir noch so, im letzten Atemzug der letzten Besprechung, ey, sie sagt so oft, dass sie alleine war. Das ist übelst vernünftig. Ich habe mich jetzt auch gar nicht gefragt, wo ich war so. Und ich habe... Das Traurige war, ich war an den Kameras, habe Vivian beobachtet, habe aber nicht gecheckt, dass die direkt hinter mir ist. Let's do this! Bye! Oh mein Gott, Leute. Letzte Runde und ich bin der Killer. Was für ein Albtraum. Was für ein absoluter Albtraum. So was von Shit. Oh, was? Eva! Ja, bitte. Ich lauf in Navigation rein. Mir kommt Eva entgegen. Am Boden liegt jemand. Was? Ich habe da niemanden gesehen. So eine Geschichte wie mit Nini eben, ne? Ich habe da keinen gesehen, aber ich bin trotzdem ein Poster. Ich habe da halt echt keinen gesehen, weil ich sie bin selbst. Ohne Scheiße, ich sehe die Leichen auch immer nicht. Okay. Ich sehe die Leichen nicht. Was habt ihr für Augen? Wo war die denn jetzt überhaupt? Ja, wo war die? Bei Navigation an der Konsole. Navigation. War noch irgendwer? Wer war? Zwischen beiden Konsolen. Ich war gerade an ihm da. Ich war erst hier bei den Asteroiden und dann bin ich runtergelaufen zu den Electrical, zu den Lampen. Okay. Ich habe Asteroiden gemacht, dann den Download und bin dann rübergelaufen zur Navigation und dann ist mir Eva mit entgegengekommen. Da lag die Leiche schon. Ich habe gar keine Leiche gesehen. Krass. Okay. Eva, was hast du gemacht in der Zeit? Ich habe angefangen in diesem Navigation-Raum, richtig? Das war so ein... Oh, ist noch. Spatzenhirn. Beschreibe mal. Ja, komm. Deswegen kann ich Eva auch nicht böse nehmen. Sie kennt halt... Also... Ja, aber ihr dacht eben. Ich weiß nicht, wie man das beschreiben soll. Ich kann es nicht beschreiben. Ich kann es verstehen, weil ich habe halt keine Ahnung, was ich die ganze Zeit da tue. Sonst lass es erst mal skippen. Die Sache ist, Aurora ist mir noch entgegengekommen. Auf der rechten Seite. Na also. Na, jetzt wirst du ja nicht. Das ist halt die Sache. Was habt ihr jetzt gemacht? Skip oder Eva? Ich skippe auf jeden Fall. Ich bin jetzt direkt an der Fall. Ja, okay. Darf ich mal ganz... ...dass es Kampfwurst nicht ist? Immerhin. Und wie soll das denn sein? Boah, Alter. Ich spüre meine Beine nicht mehr. Ah, wie furchtbar. Wie absolut furchtbar. Um, um, Electrical. Um, Electrical. Um, Electrical. Um, Electrical. Oh Gott, was tue ich hier eigentlich? Muss ich... Ich konnte nicht reporten, die Leiche lag in der Tür. In der eingeklemmten Tür. Ich musste warten, bis die Tür geöffnet wurde. Die ist genau bei der Tür zwischen Electrical und Storage. Okay. Ich war auf jeden Fall nicht ansatzweise in der Nähe. Also... Electrical und bin absichtlich nicht zum Reactor gelaufen. Wo wir beim Thema IFA saßen, eben als der Reaktor-Dings war, ne? Rot, Leuchten, Dings, ihr kennt das, bin ich da unten lang und IFA war bei mir. Unten ist hinter mir gewesen, auf dem Weg Richtung Lower Engine. Dann habe ich IFA in meinem Feld nicht mehr gesehen bei Electrical. Danach habe ich sie wieder gesehen bei Reactor. Ich bin zum Reactor gelaufen, weil da Licht an war. Das Kackgeräusch. Das Ding ist aber... Bist du sicher, dass der Kill alt ist? Weil es könnte natürlich auch... Eben, es könnte auch... Vorhin war IFA oben bei mir mit... Nach... Ja. Richtung Cafeteria, da war alles soweit okay. Aber ich habe sie auch nicht mehr gesehen, danach. Ich geböh. Von wo kamst ihr? Von wo kamst Shana? Ich weiß nicht, aber auf diesem Weg Richtung Cafeteria. Ja. Ich bin auch grad mit Vivian nach rechts gelaufen und Iva war eigentlich auch die ganze Zeit bei uns. Ah, die ist ab Cafeteria nicht mehr. Ab Eingang Cafeteria ist Iva nicht mehr da gewesen. Ja, ich bin runter. Und Iva ist, glaub ich, runter. Türen waren doch zu, meinte doch irgendjemand. Ja, ich hab die Leiche gesehen, ich wollt reporten und dann war aber die Tür zu. Und deswegen war Mizza ausgeraut. Und die Trockenparten natürlich eh drücken, sobald die Türen wieder offen waren. Ja, erst mal drinnen, würd ich sagen. Das kann jetzt self-epart sein, oder? Ich hab nicht mit niemandem gesehen. Ja. Also ich fand das mit Iva jetzt ein bisschen suspect. Ich ja? Ich fand das auch schon mehr als suspect. Ja, also... Merken wir uns das. Okay. Hä? Ich hab gerade nichts getan, legit. Ich war gerade total friedlich, freundlich und und und. Friedlich, freundlich und und und. Okay. Kann ich hier bitte jemanden umbringen? Und wenden, wenden, schnell wenden. Ja, schnell, komm. Zieh raus. Wind. Schnell. Ah, fuck. Okay, wo? In Navigation. Okay. Wer hat wen jetzt gesehen? Achso, Aurora hat jemanden. Okay. Also ich hab gerade rechts O2 gefickst. Hab dann Vivian Vigation gesehen, bin aber weitergegangen zu Camps. Und bin jetzt in Camps drinnen die ganze Zeit. Und jetzt wundert mich, also ist wirklich, dass Vivian jetzt tot ist und Yukari. Also das kann halt nur ein Doppelgill sein oder nicht? Hast du gesehen, ob irgendwer in Navigations reingelaufen ist? Weil immerhin, da war Navigations ne Kamera. Ja, aber da kann auch reingewendet werden. Kann einmal von Shields oder von Weapons reingewendet werden. Okay. Wie viele Aufgaben, Leute, habt ihr noch, damit wir wenigstens schnell das durch, hinter uns bringen? Wie viele Aufgaben, also wie viele fehlen noch bei euch? Also ich hab... Ein einzelner Kill fehlt. Also wir müssen jetzt einen rausfotern. Ja, ich wär auch. Also, bitte? Wo warst du gerade? Ich war gerade bei, ich glaub, war das Navigate? Die war erst bei Admin, die Karte. Und dann ist sie mir... Genau, ich war bei Admin. Vor diesem großen, äh, vor diesem großen Pult. Ich bin Cafeteria. Und... Und danach? War das schon der Report-Button oder was? Genau. Kann nicht sein, weil ich war gerade in der Cafeteria. Ich war gerade auf dem Weg. Ich war noch nicht im Weapons drin. Und ich hab den Gang unten im Blick gehabt. Und da war keiner drin. Und ich bin gerade von links von... Okay. Also ich hab noch locker meine Karte durchziehen können in der Zwischenzeit. Mhm. Wo sie hochgelaufen ist. Okay, aber ich war jetzt gefühlt die ganze Zeit da drin. Ähm... Aber was heißt... Was sagt das darüber hinaus? Was sagt das denn aus, Nini? Weil ich... Aber das war... Das ist mir zu komisch. Gerade am Anfang auch schon war das zu komisch. Ich hab's ja euch gesagt. Aber auf mir würd ihr reden können. Oh mein Gott. Sag doch mal Hallo. Wir können nämlich noch gar nicht sabotieren. Oh mein Gott. Ich hab gesehen, wie Aurora gerade Nini umgebracht hat. Nein. Also ich hab gesehen, dass Shauna... Oh mein Gott. Nini. Nini. Shauna hat Nini get... Danke den 9en, Freunde. Es... Es kann gar nicht inhauen. Sie hat selbst gemacht gemacht. 100% self-reported. Danke. Da hast du für... Wer war das? Ich glaub Vivian oder so. Oder ne. Wer war das? Ich glaub... Yukari. Akko. Und das Ding ist, ich hab Vivian da auch noch gesehen. Also du kannst ja nur noch ein Double Kill gewesen sein. Oh mein Gott. Also da kann man sich jetzt echt nicht mehr... Ne? Die ist... So gut. Ausreden. Das ist halt... Tja. Also ich hab's zu 100% gesehen, dass Shauna Nini getötet hat. Ihr könnt mich rausvoten, aber ich bin mir zu 100% sicher. Shauna hat... Wie gesagt. In storage. Das ist so witzig. Du standest dort. Ich wollte runter zur Leckwürde. Und dann hast du Nini ins... Die Fakten sprechen halt dafür, dass es halt ein Doppelkill war. Und guck mal, wir hatten mit IFA recht. Wir haben sie rausgeschmissen und sie war Impostor. Also kann's ja nur noch sein. Und ihr beide wart rechts. Also weil wir mit IFA recht hatten, heißt das ja nicht, dass wir auch mit dir recht waren. Ja, aber ihr beide wart rechts gewesen. Also es kann nur ein Doppelkill gewesen sein. Nein. Natürlich. Ich tippe auch auf Shauna. Ich hab gerade erklärt warum und ich hab gerade Aurora gesehen. Ja, und irgendwie hast du auch sehr schnell mit den Wortergreifen erfangen. Ja, weil die Fakten dafür sprechen, Flame. Ich weiß nicht, vielleicht... Oh mein Gott. Oh mein Gott. Was mit dem Doppelkill davor. I don't know. Aber du bist mir ein bisschen sehr energisch auch noch mit gewesen. More paper hands. Oh mein Gott. Well done though. Oh mein Gott. Ohne Witz. Alter. Alter. Nicht schlecht Jonas. Das war ja eine ganz andere Stufe. Wow. Ich werde ihr nie wieder vertrauen. Wow. Sie hat mich schon auf einmal kaltblütig umgedacht. Ich hab schon gesehen wie du mir hinterher gerannt bist. Ich bin so gerannt, aber du hast schneller. Oh mein Gott. Vor allem, sie hat sich doch jetzt gerade so übelst widersprochen. Erst sagt sie, sie hat hundertprozentig gesehen, dass das erst getötet wurde und dann sagt sie, oder Flame, vielleicht warst du es auch gewesen. Oh shit. Ja. Einfach immer verwiesen. Er war auf jeden Fall mega gut. Er war ganz fucking gut. So frech. Ich wollte dich retten die ganze Zeit, aber am Ende konnte ich einfach... Oh mein Gott. Ich hab das am Anfang gemerkt, wie du sie verteidigt hast. Du warst die Einzige, die die ganze Zeit... Nein, nicht Eva, lass Eva. Oh mein Gott. Und das ist Eva. Ich hab gesagt von Anfang an, Eva ist SAS, Eva ist SAS. Ich hab so Trust-Issues schauen, Alter. Leute, Leute, unglaublich. Das war eine gute letzte Runde. Wirklich. Schönen Abschluss. für mich. Wirklich. Ich hab es само Marten vor. Dass uns